so in diesem video soll es einmal darum gehen für ein beispiel durchzurechnen dass eine folge nicht konvergent ist also das heißt dass eine folge divergent ist wir hatten ja in den vorherigen videos mal angeguckt was konvergenz von folgen bedeutet das war ja diese sehr nationelle hellblau eingekesselte formel ja und die bedeutete ja okay eine folge ist konvergent wenn es diese schicke eigenschaft hat und dann haben wir gesagt eine folge heißt divergent ja wenn sie eben halt nicht konvergent ist das heißt das gegenteil hat davon und der klassiker für eine divergente folge ist die folge die hier geschrieben habe und die ich in dem anderen video schon als beispiel hatte das ist diese folge a n ist eine folge mit a n ist definiert als minus 1 in klammern hoch n ja und das heißt diese folge ich habe das hier in der logarithmischen skala hingeschrieben damit man mehr folgen lieder sieht ja diese folge wechselt also bunter die werte zwischen 1 und minus 1 hin und her ja also für gerade n haben wir 1 und für ungerade n haben wir eben halt minus 1 als folge glied ja okay also ist nicht so schwer zu verstehen dass diese folge immer brav hin und her springt zwischen zwei beiden und zwar unendlich oft ja das heißt wir haben unendlich oft nehmen wir den wert minus 1 an und unendlich oft nehmen wir den wert plus 1 an gut natürlich kann man jetzt nicht sagen okay das geht konvergiert gegen 1 oder das konvergiert gegen minus 1 oder irgendwelche anderen werte die haben der einfall mögen das ist natürlich irgendwie klar dass das nicht so ist ja nur wenn wir das beweisen wollen dann müssen wir leider dadurch und haben und das also nachrichten wir müssen also wenn wir sagen die folge ist divergent müssen wir das gegenteil von dieser formel die hier oben in der hellblauen kasten steht beweisen also die formel sagte es gibt ein eifer es gibt einen grenzwert der eine tolle eigenschaft hat so das heißt wir müssen beweisen alle zahlen aus er erfüllen diese eigenschaft nicht ja so und das versuchen wir mal hinzukriegen also machen wir mal das beispiel na die behauptung ist an diese folge ist divergent das ist die behauptung so und jetzt müssen wir uns eben halt angucken was bedeutet das ja also jemand ist unser gegenspieler üblicherweise ist unser gegenspieler derjenige der sich das epsilon aussucht aber wir müssen ja jetzt quasi das gegenteil beweisen also ich schreibe erst mal das gegenteil hin ja also was eigentlich zu zeigen ist zu zeigen ist für alle alpha aus r also für alle potenziellen grenzwerte gibt es eine schlauch breite y größer 0 sodass für alle indizes n0 aus den natürlichen zahlen gilt da fängt der schlauch quasi an dass es wiederum eine zahl aus den natürlichen zahlen gibt die zum schlauch gehört sprich n ist größer gleich n0 also der schlauch fängt ja bei n0 an und das n ist größer gleich n0 und trotzdem ist der abstand zwischen alpha und an nicht so nicht kleiner epsilon das heißt größer gleich epsilon das heißt außerhalb des schlauches so das ist die formel die wir zeigen müssen um nachzuweisen dass diese folge an mit minus 1 hoch n tatsächlich divergent ist so ist natürlich ein knüller müssen wir hinkriegen irgendwie machen wir eine fall unterscheidung das hilft uns erster fall ja der erste fall ist wie falls ist also die diese diese annahme alpha ist 1 also jemand kommt durch die tür unser gegenspieler und sagt der grenzwert ist 1 ist eigentlich eine durchaus plausible idee dass man sagt okay also immerhin unendlich viele male nimmt der diese folge den wert 1 an warum soll das nicht der grenzwert sein könnte man ja auf den gedanken kommen das ist gut immerhin versuchen wir mal diesen gedankengang nachzuvollziehen so und jetzt wechseln wir ja quasi die rolle ja vorher haben wir immer gesagt der psychopath wählt sich ein epsilon größer 0 aus jetzt werden wir die psychopathen und sagen wir wählen uns jetzt ein epsilon größer 0 aus so dass das mit dieser schlauch ideen nicht passt so das heißt jemand hat den grenzwert gewählt das ist also hier 1 ich mache das mal ein bisschen krumm egal das ist also der grenzwert und wir nehmen den schlauch und den schlauch dann wähle ich mal einfach so als ein halb einfach so ja warum weil das schon ausreichend ist die idee ist nämlich dass diese werte hier die sind alle außerhalb des schlauches das heißt da kann ich auch ich könnte auch epsilon gleich 1 nehmen oder 1,5 oder so das würde alles reichen aber aus sparsamkeitsgründen wähle ich mal epsilon gleich 1,5 ja das heißt dann wähle epsilon gleich 1,5 Achtung wenn sie konvergenz beweisen wollen wählen sie das epsilon nicht sondern jemand wählt das epsilon für sie ihr gegenspieler wählt das epsilon nur haben wir gerade die rollen getauscht wir wollen ja die beweisen das heißt wir wählen das epsilon gleich 1,5 und sagen Achtung das schaffst du jetzt nicht dass fast alle in diesem in diesem schlauch sind ab einem gewissen index denn diese dieser teil dieser formel hier die ich jetzt hier grau einkästle bedeutet wenn man das flapsig ausdrückt fast alle folgen wieder sind in dem schlauch fast alle fast alle bedeutet mathematisch bis auf endlich viele ausnahmen die ausnahmen die endlich vielen sind vor dem n0 ja und wenn wir jetzt das gegenteil beweisen wollen von fast alle sind innerhalb des schlauches dann heißt es unendlich viele sind außerhalb des schlauches so ja jetzt das müssen wir beweisen und wir sehen das ja das ist ja der fall ja also wenn wir uns diesen schlauch hier angucken sehen sie ja okay da sind unendlich viele außerhalb des schlauches das heißt eigentlich müssen wir es kaputt kriegen wir müssen es schon nachrechnen können so also es gibt eine absolute größte 0 das haben wir gewählt sei n0 aus den natürlichen zahlen beliebig warum wählen wir das beliebig weil ja unser gegner jetzt sagt doch alpha gleich 1 ist sehr grenzwert wir haben die rolle des gegenspielers angenommen sagen nein dann wählen wir mal e1,5 dann wählt unser gegenspieler eben halt das n0 und sagt guck ab jetzt sind alle in den schlauch der will sich vielleicht irgendwie dieses n0 oder späteres egal er will sich halt irgendeine n0 dann sagen wir das macht nichts ja dass du das n0 gewählt hast wir wählen uns jetzt an n dann sei n gleich so und jetzt kommt eigentlich der knüller dass wir uns also ein n überlegen müssen in abhängigkeit von dem n0 jemand sagt uns ab n0 ist alles im schlauch so und wir kennen ja unsere folge es wechselt ja immer hin und her wenn 1 der grenzwert sein soll dann brauchen wir natürlich einen wert wo a n eben halt genau minus 1 ist ja das kriegen wir hin indem man sagt pass mal auf den n immer sondern dein n0 multiplizieren das mit 2 und adde nochmal 1 drauf ja das ist als n n und das ist natürlich auf jeden fall größer gleich n0 also entspricht den spielregeln so ja die spielregeln müssen ja eingehalten werden die spielregeln sagt das n muss größer gleich n sein und wenn ich das n0 so bastele wie hier dann ist es klar dass es größer gleich n0 ist damit gilt so und was muss jetzt gelten diese aussage hier der kollege liegt nicht in dem schlauch ja so also gucken wir uns das mal der abstand von alpha minus a n ist ja nichts anderes als der abstand von ja 1 minus und was ist jetzt a n das ist ja dann an dieser stelle minus 1 in klammern hoch 2 n0 plus 1 so und das habe ich natürlich jetzt so geschickt gewählt dass das hier auf jeden fall dann meine ungerade zahl ist das heißt da kommt minus 1 raus das ist also 1 minus klammer minus 1 und da kommt also 2 raus der betrag von 2 ist natürlich genau 2 und das ist natürlich größer gleich 1 halb und das war mein epsilon so also habe ich schlussendlich rausgekriegt dieser abstand ist größer gleich epsilon ja und damit bin ich für diesen fall dass alpha gleich 1 ist fertig weil jetzt weiß ich okay also alpha gleich 1 dieser grenzwert tut es nicht und das kriegt man natürlich angst und denkt sich und muss ich das jetzt für alle möglichen zahlen aufschreiben also für alle alpha aus er natürlich nicht gott sei dank also für für den zweiten fall gucken muss halt jetzt an was da los ist zweiter fall machen wir ein ähnliches spiel alpha aus sei einfach ungleich 1 ja so dann wähle so wenn alpha ungleich 1 ist ja und wenn der wenn unser gegenspieler also die grenzwert also irgendwo anders hinsetzt ja und jetzt setze ich den mal ganz bewusst irgendwo irritierenderweise dorthin ja man würde höchstens sagen ja kommt das muss doch dann kommt ja nur noch minus 1 ins fragen ja ja klar auch das aber ich setze in diesen grenzwert diesen ideellen grenzwert alpha eben halt mal dahin ja wie muss ich das epsilon wählen damit ich weiß damit dass unendlich viele außerhalb des schlauches sind natürlich muss ich mich halt angucken okay die sollen außerhalb des schlauches sein weil ich ja weiß dass alpha eben halt jetzt nicht 1 ist das heißt hier ist ein abstand der ist echt größer 0 und das ist genau der abstand den ich mir wähle ja dann wähle epsilon gleich alpha minus 1 und zwar den abstand dazu der ist auf jeden fall jetzt echt größer 0 spielringe sind eingehalten das toll so und dann sei n 0 aus den natürlichen zahlen wieder beliebig wir wählen dann n gleich 2 mal n 0 und dann gilt ja was gilt denn dann ja wir müssen uns jetzt wieder diesen abstand angucken der abstand von alpha minus a n ja so und der ist ja jetzt eben halt alpha was ist mein a n a n a n die wahl von dem n ist so dass das die zahl auf jeden fall gerade ist das heißt wir haben hier minus 1 hoch 2 n 0 ja das heißt da kommt auf jeden fall 1 heraus ja das heißt da steht einfach der betrag von alpha minus 1 ja so das ist genau mein epsilon das ist gleich epsilon und zeigen muss sich das wenn man reingucken in die formel dass der abstand von a alpha zu a n größer gleich epsilon sehe ich jetzt habe ich bewiesen dass gleich epsilon also ist auf jeden fall auch größer gleich epsilon ist nichts falsches und damit sind wir fertig ja wir haben jetzt bewiesen diese folge ist divergent warum weil wir beide fälle betrachtet haben und in beiden fällen konnten wir das epsilon so wählen dass unendlich viele außerhalb des schlauches liegen ja dass wir hier bewiesen haben dass sie genau am rand des schlauches liegen ist irrelevant ich könnte hier auch nochmal das ganze halbieren wenn ich wollte aber das brauchen wir gar nicht ja wichtig ist okay in beiden fällen finden wir eine 1 epsilon so dass unendlich viele außerhalb des schlauches bleiben so das ist genau das womit wir es kaputt machen dass es hierfür irgendeinen grenzwert gibt ja sie haben es ja gemerkt wie wie knifflig das sein kann eine divergenz zu beweisen ja das ist durchaus knifflig und dass man eben halt genau andersrum denken muss das ist auch mehr oder weniger die herausforderung wenn sie verschiedene beweise in dieser art machen müssen haben sie immer genau im blick welche rolle sie gerade spielen ja wollen sie konvergenz beweisen wählen sie den grenzwert aber nicht das epsilon wollen sie divergenz beweisen wählen sie wählen sie das epsilon aber nicht den grenzwert ja so und das ist an der stelle das worauf man sich eben halt dann konzentrieren muss dass man das in anführungsstrichen immer richtig rum macht wer wählt was ja was dürfen sie annehmen was dürfen was was dürfen sie sich aussuchen ja so also das epsilon dürfte sich nur dann aussuchen wenn sie divergenz beweisen soll ja ähm und das epsilon sucht sich irgendjemand anderes für sie aus lächerlich klein typischerweise wenn sie konvergenz beweisen wollen ok ich hoffe das war äh hilfreich schau schau ähm 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 äh äh